So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. RamsesderDicke und ich habe die ganze Zeit gewartet. Ich habe schon gesehen, es sind diverse Artikel und Gerüchte rumgegangen über die Safari-Zone in Taipei. Über die Safari-Zone, die Ende des Jahres noch stattfinden wird. Es gab komischerweise auf der offiziellen Seite noch keinen Bericht dazu. Ich wollte ja eigentlich immer warten, dass auf der offiziellen Seite was steht. Es steht aber nichts von der Safari-Zone hier. Was ich schade finde, die Leute wollen ja auch wissen, was geht ab in der Welt, wo kriege ich Tickets her, kann ich da vielleicht eine Reise hin planen oder auch nicht. Und gleichzeitig gab es ja auch das mit diesem Pokémon Presents, was vor ein paar Tagen da war am 3. August. Und da gab es auch natürlich einige Neuigkeiten für Pokémon Go. Da gibt es aber auch noch nichts auf der offiziellen Seite. Wir wissen ja, dass Ende August noch ein Abschluss-Event stattfindet zum Go-Fest. Und damit ich Freitag, weil Freitag bin ich nicht da, damit ich da noch ein Video habe, was ich schon vorbereite, möchte ich auch mal kurz diese zwei Themen anreißen und dazu mal kurz einen Einblick geben. Dafür muss ich jetzt einen Artikel von Go-Games ranziehen. Nicht offiziell, aber von Go-Games. Safari-Zone Taipei. 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 Wie auch immer. Obwohl hier steht, auf dem offiziellen Pokémon-Go-Blog hat Niantic nun die nächste Safari-Zone angekündigt. Gerüchten zufolge haben Spieler ein Live-Event in Italien vorausgesagt. Doch tatsächlich fiel die Wahl erneut auf die Stadt Taipei. Taipei. Die bereits im Jahr 2019 eine Safari-Zone hatte. Ja, es wurde ja irgendwie so ein Bild gezeigt, wo eine Europakatte war dann auch und eine Weltkatte und dann so ein Pikachu. Und das ist so irgendwie mit so einem Faden gefolgt. Und dann ging es die ganze Zeit, guck mal, der kommt auch durch Deutschland. Das ist München. Hier ist noch Italien. Da fliegt das lang. Das wird uns alles erwarten. Aber war natürlich wieder alles Quatsch. Also man kann immer so viele Sachen hineininterpretieren. Überall nein. Es ist Taipei. Taipei. Wie auch immer. Muss nicht unbedingt die letzte sein. Denn die findet statt. Wo steht es? Die ist angekündigt für... Boah, guckt euch das mal an. Ist das nicht herrlich? Wer möchte da nicht nach Taipei? Das ist Safari-Zone Taipei. Das ist der Park. Guckt ihr das an. Da lauft ihr dann durch das Wasser immer im Kreis. Und wer zuerst eine nasse Hose hat, der hat verloren. Also alle gleichzeitig wahrscheinlich. Der Dean Forest Park in Taipei. Sieht auf jeden Fall gut aus. Zeitraum. 21. Oktober bis 23. Oktober. Der Spiele-Trend hat ja auch schon ein Video dazu gemacht. Der hat auch das Pikachu gezeigt, wie es dann aussehen könnte. Es gibt noch keine offizielle Grafik dazu. Denn es ist wieder mal sehr verwirrend. Ihr wisst ja, in der Safari-Zone ist es meistens so, die findet irgendwo vor Ort statt. Man braucht ein Ticket. Es gibt meistens ein regionales, was nicht in dieser Region angetroffen werden kann, was dann offiziell für die Safari-Zone erscheint. Dieses wird Pachirisu sein. Pachirisu ist das kleine süße Eichhörnchen, was man sonst immer in Edmonton, Kanada, sonst was hier bekommen kann. Wer es noch nicht hat, ja, geht nach Taipei und sammelt da halt Bonbons und gönnt euch ein Hunderter oder was weiß ich noch alles. Ein neues Shiny gibt es mit Phineon, die Phineon-Familie. Hier Phineon und Lumidon oder wie das dann heißt. Steht das auch dabei? Ne, steht nicht dabei. Lumidion? Lumidion, Lumidion, mir fehlt mein Account wirklich. Mir fehlt mein Account. Da ich meinen Account nicht mehr habe, ich habe keine Ahnung mehr. Wisst ihr, ich habe die Spiele nie gespielt. Ich kenne das nur von Go alles. Jetzt habe ich da, ja, Shiny Phineon. Also, ist eigentlich immer bläulich, sieht cool aus. Jetzt sieht es halt irgendwie alt aus. Alt-Sepia-Filter, steht glaube ich hier oben auch. Ein Sepia-Filter draufgesetzt. Das ist Phineon dann als Shiny. Muss man aber natürlich haben, wenn man was haben will. Wird, denke ich mal, kurz nach der Safari-Zone trotzdem auch für alle anderen weltweit erscheinen. Vielleicht in einem Event oder einfach so. Das ist ja schon immer so ähnlich gewesen. Und das Pikachu, es wird wieder ein Pikachu geben. Das hat der Spieletrend hier gezeigt. Wird so ein komisches Bärenhemd wohl tragen. Hier ist so ein Bild aufgetaucht. Da sieht man das. Also ungefähr, so kann man sich das vielleicht vorstellen, dass es so aussieht, dass es so ein Bärenhemd trägt. Ansonsten, 21. Oktober, 23. Oktober. Das ist natürlich dann der Halloween-Monat. Kurz vor Halloween auch. Man braucht ein Ticket. Man muss sich wieder einen von drei Tagen aussuchen. Ist aber, glaube ich, für die meisten Leute sowieso nicht so interessant. Weil wer, bitte schön, war schon mal in Taipei? Gibt es jemanden aus der Community, der dort schon mal wirklich live war? Gibt es jemanden, der dieses Jahr dahin möchte? Ich habe ja schon gehört, auch zum Go-Fest Zappora kann man auch gar nicht reisen, weil die Einreise nach Japan verboten ist gerade. Also würde auch gar nicht gehen. Passt also nicht. Da sind wir mal gespannt, was es noch für Infos gibt. Was ist noch so alles für Sachen dann, was da rausgehauen wird. Das Pikachu mit dem Kostüm ist auf jeden Fall richtig genial. Das wird wieder ein Jahr lang dann sitzen. Das ist nämlich der nächste Bonus. Wir hatten ja das mit dem Abend, der Luft, Abenteuer, Luft, Wochenende, Zeugs, irgendwas. In Okinawa, da gab es einen Pikachu mit einem Hemd. Und dieses Pikachu ist dann auch ein Jahr lang in Okinawa gesessen. Müsste also immer noch sein. Und dieses mit diesem Bärenhemd gibt es dann exklusiv hier. Auch ein Jahr in Taipei. Und ja, das wird auf jeden Fall wieder ein cooles Sammlerstück sein. Mal gucken, vielleicht schafft man es ja wieder mal auf Umwege. Vielleicht mit einem Account da sich fünf Stück zu holen für eine Verlosung. Das wird dir an die Community verteilen. So als kleines Schmangerl. Das haben wir ja mit den Okinawa auch gemacht. Da steht das auch. Das Luftabenteuer Okinawa war ja genauso. Da war ja auch das mit diesem Hemd. Und das andere hat auch ein Hemd. Also das würde auch richtig gut passen. Hier ist noch eine Parade zu sehen. Da ist auch noch ein anderes Event. Aber vor Ort, wo da so eine Pikachu-Parade durch die Stadt läuft. Ob das vielleicht irgendwie weltweit dann auch an ein Event gekettet ist. Und wir noch ein Pikachu mit so einem Equalizer-Shirt kriegen. Keine Ahnung. Und zweiter Punkt. Es ist halt nichts Offizielles so. Hier steht zwar auf dem offiziellen Blog. Vielleicht ist damit wieder Twitter gemeint. Aber ich bin ja kein Twitter-Fan. Ich verfolge nichts bei Twitter. Ich finde Twitter total unübersichtlich und komisch. Deswegen gucke ich immer nur hier wirklich auf die Seite. Und auf der Seite sehe ich nichts. Das zweite Thema. Pokémon Presents. Wer sich das angeguckt hat, hat gesehen, dass alles Mögliche zu allen möglichen Pokémon-Sachen und Spielen. Auch zu Purpur und Kamesin da den anderen Pokémon gezeigt und angekündigt wurden. Für Pokémon Unite gab es da etliche Neuigkeiten. Und auch da ein Pikachu-Event im Pokémon Unite. Hab ich gehört. Und natürlich auch für Pokémon Go vom Abschluss-Event, was ansteht, ist eine richtige Kracher-Meldung reingekommen. Dass zum 27. August von 10 bis 18 Uhr das Abschluss-Event stattfindet. Und alle vier Ultrabästchen, die bisher jetzt schon im Spiel waren, sind dann erhältlich. Für die Ticket-Inhaber. Das hat ja alles angefangen dieses Jahr beim Pokémon-Go-Fest, dass man ein Ticket erwerben konnte für ein weltweites Go-Fest, was man spielen konnte, egal wo man ist. Wir waren ja damals in Gera beim Thomas, haben den besucht, sind da rumgelaufen, haben da Streams gemacht. Da gab es dann am zweiten Tag Anego in Raids, was das stärkste von den vier ist. Die stärkste Ultrabästie. Die wird man am 27. wohl nochmal bekommen. Ob jetzt in Raids oder aus einer Forschung oder sonst was. Kann man leider auch noch nicht sagen, weil es gibt da auch nicht mehr Infos, außer das. Anego auf jeden Fall cool. Ich habe damals nicht so viel gemacht, weil ich dachte, hat ja noch Zeit. Kommt ja auch irgendwann noch als Shiny. Trotzdem ist es die allerbeste. Berlin-Go-Fest hat man aus der Spezialforschung also einmal Schabelle bekommen. Ich dachte ja auch, dass dann dort vielleicht Raids sind, aber nein, es ging wirklich nur um eine Spezialforschung. Und Schabelle einmalig in Seattle gab es Mosquito. Einfach mein Liebling von den Vieren, weil der halt aussieht wie so ein dicker, fetter Wrestler. Und in Sapporo jetzt wird es noch eine Spezialforschung geben, wo man Voltriant bekommt. Und ihr seht wieder mal, ihr verpasst nichts in Pokémon Go. Ihr müsst nicht nach Sapporo reisen. Ihr braucht kein Ticket für das Sapporo-Event. Wenn ihr euch das weltweite gekauft habt, was man ja als Spieler machen sollte, wenn man schon bei sich vor der Haustür spielen kann, dann hat man die Chance beim Abschluss-Event trotzdem alle vier Ultra-Bestien zu bekommen. Auch wenn die vorher nur in der jeweiligen Region dort waren, an die Stadt und an das Fest gekoppelt, jetzt auch. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ich würde gucken, dass ich mit dem Hauptdruck auch natürlich alle vier kriege. Und die anderen von den jeweiligen Festern könnte man sich dann in einem Glückstausch ja vielleicht mal rüber tauschen, wenn man bis dahin irgendwann mal lucky wird. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal richtig genial. Der Adi sabotiert hier schon wieder alles. Sonst gibt es eigentlich noch nichts zum Abschluss-Event zu sagen, großartig. Deswegen würde ich sagen, waren das kleine komische News für zwischendurch, einfach mal so gesagt. Freut ihr euch auf das Abschluss-Event? Habt ihr euch damals ein Ticket gekauft für das weltweite Go-Fest? Wer damals keins gekauft hat, kann jetzt immer noch für 10 Euro dann ein Ticket fürs Abschluss-Event erwerben, sodass er das Abschluss-Event wenigstens spielen kann. Ist natürlich teurer, als wenn man damals das Ticket gekauft hat und das eben schon mit drin ist. Denn damals, du hast auch so viele Raid-Pässe bekommen, alles. Ich habe immer gesagt, das lohnt sich. Denkt gar nicht drüber nach, als das weltweite Go-Fest angekündigt war. Schlagt zu, nehmt das Ticket, spielt mit euren Freunden irgendwo, denkt halt, es ist C-Day und trefft euch da zusammen. Nur, dass ihr viel mehr Inhalt kriegt und das zwei Tage lang am ganzen Wochenende. Das wird auf jeden Fall richtig brutal. Und dieses Abschluss-Event ist auch noch drin mit allen Ultra-Bestien kostenlos. Und wer damals gesagt hat, ich bin geizig, ich möchte das nicht, der muss halt jetzt in die Tasche greifen. Und wenn er jetzt nicht in die Tasche greift, werden die sicherlich auch irgendwann nochmal wiederkommen. Die müssen ja auch shiny eingeführt werden. Vielleicht kommen die irgendwann trotzdem mal in Raids, in Ultra-Raids. Irgendwas wird auf jeden Fall noch passieren. Also auch jetzt braucht man nicht das Gefühl zu haben, dass man irgendwas verpasst. Ansonsten warte ich gespannt, dass irgendwann mal wieder hier auf der offiziellen, auf diesem Pokémon-Go-Live.com, für mich ist das eigentlich der Blog-Post, ne, dass da was kommt und man dann da was rauslesen kann. Das letzte war die Käfer-Krabelei, da habe ich heute auch ein Video zu gemacht, was ihr dann gestern gesehen habt wahrscheinlich, weil das nehme ich jetzt auch für morgen, also für Freitag. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.